Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Farbstoffe, eine Einführung für den Grundkurs. Das Video gehört zur Reihe Farbstoffe. Als Vorkenntnisse solltest du naturwissenschaftliche Kenntnisse des 11. Schuljahres besitzen. Mein Ziel ist es, dir in diesem Video eine erste Bekanntschaft mit der Struktur der organischen Farbstoffe einschließlich einer kleinen Theorie zur Farbe zu präsentieren. Den Film habe ich in 6 Abschnitte unterteilt. 1. Absorption und Farbe. 2. Organische Farbstoffe. 3. Chromophore. 4. Mo-Theorie und Farbe am Beispiel der Polyene. 5. Auxochrome und Anti-Auxochrome. 6. Zusammenfassung. 1. Absorption und Farbe. Wenn weißes Licht auf ein Objekt einstrahlt, kommt es im Wesentlichen zu zwei Vorgängen. Zum einen wird Licht absorbiert. Hier soll es das rote Licht sein. Entsprechend wird dann grünes Licht reflektiert. Das reflektierte Licht nehmen wir als Farbe des Objektes wahr. Rot und Grün sind Komplementärfarben. Wir wollen einige wichtige Komplementärfarben gegenüberstellen. Rot und Grün. Orange und Blau. Gelb und Dunkelblau. Grün und Violett. Dabei ist es unerheblich, ob im konkreten Fall die Farbe absorbiert oder reflektiert wird. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten.